Hallo Leute, heute teste ich für euch von Wisan den Margarita. Fangen wir erstmal mit dem Schnitt an, da blende ich euch gleich ein Bild ein. Der Schnitt ist sehr fein, wenig Ästchen, man kann sagen Wisan-typisch, zum Geruch. Erinnert mich sofort an den Mojito, nur fehlt die leichte Minznote, zitronig, limonig, frisch. Bestimmt ein super Sommertabak, jetzt kommen wir zum Preis, das Ganze kostet 4,80 Euro, ich zum Rauch, schön dicht und weiß, normalerweise noch ein bisschen mehr, ich habe jetzt nur nicht lang genug angebraucht. Geschmacklich erinnert er wirklich sehr an den Mojito. Frisch, zitronig, die Minze fällt zwar ganz weg, dafür ist eine kleine Alkoholnote mit dabei, gefällt mir echt gut. Ja, was kann man dazu sagen, ist ein Bombentabak, gefällt mir echt super. Schmeckt sehr säuerlich, was ihn sehr frisch macht, gerade bei der Hitze ist es echt super. Ich kann den Tabak echt nur empfehlen, er kriegt von mir eindeutig 10 von 10 Punkten. Besser kann es für den Sommer nicht sein, probiert den Tabak ruhig mal aus, haut rein. So wie du mitmachen hast, das adjustiert den Schehen ist für vierte Mal. Du kannst, was sie meditieren?